Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sind die Muskeln nur zum Angeben? Damit kann ich schwere Sachen tragen. Ein Mann mit Prinzipien, der etwas Pech hatte. Da reinlegen. Und den falschen Weg gegangen ist. Sie kennen den Unterschied zwischen Gut und Böse und folgen einem Moralkodex. Bevor Sie es sagten, wusste ich, dass Sie eine Flagge zu Hause haben. Wahrscheinlich mehr als eine. Sie sind also ein Patriot. Erzählen Sie mir nicht, was ich zu tun habe. Ich hab's lieber direkt. Ich hab ein System. Minimale Freiheit. Ich werd Ihnen nicht sagen, was Sie hören wollen. Und im Knast werd ich genug Leute sehen, die ich nicht leiden kann. Wow. Oh, watch out, they're coming to you, man.